Hi! In diesem Beitrag geht es um eine etwas knifflige Frage, auf die es eine möglichst klare Antwort geben soll. Die Frage lautet, was sind deine Werte? Knifflig ist die Frage deshalb, weil Werte ja nicht sind, was wir irgendwie im Regal aufbewahren und bei Bedarf rausholen und darauf zeigen können. Hier, das. Das sind meine Werte. Nö. Und wie das mit allen Immateriellen – und eigentlich allen Angelegenheiten – so ist, gibt es keine Antworten, die alle Menschen gleichermaßen zufriedenstellen. Ist ja auch nicht das Ziel. Das Ziel dieses Beitrags ist es, eine solche Antwort auf die Frage nach den Werten zu finden, die einerseits ein gemeinsames Fundament an Werten vorschlägt und andererseits viel Spielraum für individuelle Eigenheiten lässt. Mal wieder beziehe ich mich dabei auf das Buch, das ich schon im Beitrag »Ein Jahr, das dein Leben verändern kann« vorgestellt habe, nämlich »Die vier Säulen der Lebensbalance« von Marco von Münchhausen. Ja, denn auch darin geht es um Werte. Genauer, persönliche und soziale Werte. Im vorherigen Beitrag über die provisorische Morin bei Descartes habe ich solche Werte als Eigenschaften definiert, die Menschen nützlich oder vorteilhaft finden. Aber wie findest du die Eigenschaften, die dir wichtig sind, also deine Werte? Dazu gibt's hier gleich eine Methode, live erprobt. Der Autor, Marco von Münchhausen, listet in besagtem Buch gleich mehrere Erkennungsmerkmale von Werten auf. Das ist eine etwas längere Liste, aus der ich hier mal meine drei Favoriten nennen möchte, um die dann gedanklich etwas weiter zu spinnen. Meine Top 3 lauten. Werte ziehen den Handlungsrahmen auf, Werte zeigen Prioritäten an und Werte zeichnen Vorbilder aus. Handlungsrahmen, Prioritäten, Vorbilder – das sind drei tolle Stichworte, auf die wir gleich zurückkommen werden. Vorweg noch ein interessantes Zitat von Münchhausen, der da schreibt »Mit dem Heranwachsen reift unser Verständnis für Recht und Unrecht. Ebenso entwickelt jeder Mensch für sich individuelle Vorstellungen darüber, was er ablehnt und was er für gut befindet. Dieser Prozess verlangsamt sich im Laufe des Lebens bei vielen. Bei einigen hört er sogar ganz auf. Solche Menschen, deren Werte unerschütterlich feststehen und nicht mehr hinterfragt werden, treten manchmal als PrinzipienreiterInnen in Erscheinung, fest im Sattel eines starrköpfigen Esels. Aber was denn sonst? Werte wechseln wie Winterreifen? Münchhausen schreibt über den Wertewandel der Zeit, dass Familie, Kirche und Politik als traditionelle Werteschöpfer an Bedeutung verloren hätten. Verwirrung. Vor allem für solche Leute, die eine Anleitung zum Leben suchen. Freiheit. Vor allem für solche Leute, die sich eine solche Anleitung gerne selbst verfassen würden. Doch ob selbst verfasst oder gesucht und für gut befunden? In jedem Fall sollten wir die gegebenen Antworten zur Lebensführung hin und wieder hinterfragen. Damit kommen wir zum methodischen Teil. Machen wir mal eine Praxisübung. Ich denke laut nach in drei Punkten und du überlegst, ob das in deinen Ohren Sinn macht. Wenn nicht, warum nicht? Erklär dich! Punkt 1. Den Handlungsrahmen, würde ich sagen, den geben die wichtigsten Werte vor. Welche könnten das sein? Der Philosoph John Rawls benennt in seiner Theory of Justice zwei Haupttugenden des Menschen. Eine Tugend ist die sittliche Beschaffenheit deines Handelns oder eine geistige Haltung, die so sehr in dein Denken übergegangen ist, dass du ihr auch unbewusst treu bleiben kannst. Die beiden Haupttugenden bei Rawls sind nun, hinsichtlich unserer Gedanken die Tugend der Wahrheit und hinsichtlich unserer Gesellschaft die Tugend der Gerechtigkeit. Ohne Wahrheit kannst du dich auf nichts verlassen. Um handeln zu können, brauchst du die Gewissheit, dass die Gedanken, auf die sich deine Entscheidungen stützen, wahr sind. Denn sonst verfehlen deine Handlungen deine Ziele. Und ohne Gerechtigkeit kannst du auf nichts vertrauen. Um deine Ziele verfolgen und in Freiheit leben zu können, brauchst du die Gewissheit, dass die Menschen um dich herum gerecht sind. Denn sonst sind deine Freiheit und deine Ziele ja ständig in Gefahr. Der Vorrang der Gerechtigkeit wird zum Teil damit begründet, dass die Interessen, die eine Verletzung der Gerechtigkeit erfordern würden, keinen Wert besitzen und daher die Gerechtigkeit nicht aus der Kraft setzen können. Aus diesen Tugenden lassen sich nun Werte ableiten. Aus der Tugend der Wahrheit ergibt sich etwa der Wert der Ehrlichkeit – im Sinne von einer Eigenschaft, die wir als wertvoll empfinden. Und aus der Tugend der Gerechtigkeit ergibt sich der Wert der Fairness. Ich finde, diese beiden Werte geben ein prima Handlungsrahmen vor. Wenn ich diesen Rahmen akzeptiere, dann handele ich nach bestem Wissen und Gewissen als ehrlicher und fairer Mensch. Ehrlich mir selbst und anderen gegenüber, und fair in Anbetracht der gegebenen Unterschiede, die manche von uns bevorzugen und andere benachteiligen. Als ehrlicher Mensch will ich mich bemühen, Fakten von Fiktion zu trennen und Lügen weder zu glauben noch zu verbreiten. Und als fairer Mensch will ich versuchen, mir der Zufälle, die mich in meine Situation gebracht haben, bewusst zu sein und mit meinen Handlungen nicht die Freiheiten anderer zu verletzen. Okay, der Rahmen steht. Ehrlichkeit und Fairness gehen somit der Freiheit als Wert voraus, doch das macht diesen nicht weniger wichtig für den Handlungsrahmen. Die Freiheit ist quasi die darin aufgespannte Leinwand, ohne die es gar nichts einzurahmen gäbe. Ohne Rahmen gibt's aber auch keine Freiheit. Zumindest nicht Freiheit für alle gleichermaßen. Stattdessen könnten sich, in Anbetracht der gegebenen Unterschiede, die wie gesagt einige bevorzugen und andere benachteiligen, die vom Zufall bevorzugten Menschen die Freiheit nehmen, die vom Zufall benachteiligten Menschen ihrer Freiheit zu berauben. Dabei könnten sie sich Lüge und Unrecht bedienen, denn es gibt ja keinen Handlungsrahmen, von dem sie sich mäßigen ließen. Erst mit so einem Rahmen, den Ehrlichkeit und Fairness vorgeben, ist Freiheit für alle in Aussicht gestellt. Aber was nun damit anfangen? Die Freiheit ermöglicht es uns, unser Wertesystem noch ein bisschen weiter auszumalen, mit den eigenen Lieblingsfarben. Oder um die Metapher mal wieder wegzuwischen, ganz nach den persönlichen Prioritäten. Und damit kommen wir zu Punkt zwei. Unsere Prioritäten geben uns diejenigen Werte vor, nach denen wir uns innerhalb des Rahmens ausrichten können. Und welche wären das? Die Autorin Vera Birkenbierl schlägt ein Gedankenexperiment vor, das Münchhausen auch in sein Lebensbalance-Buch mit aufgenommen hat. Und das geht so. Stellen Sie sich vor, Sie müssten fünf Jahre auf eine einsame Insel ziehen. Welche fünf Personen würden Sie gerne als Begleiter mitnehmen wollen? Erst mal Kritik. Wenn ich fünf Leute mitnehme, dann ist das keine einsame Insel mehr. Aber okay, um der Sache willen überlegen wir mal. Erlaubt sind Menschen aus deinem Bekanntenkreis, aber ebenso prominente, verstorbene oder fiktive Figuren. Also große Auswahl. Ich lasse Familie und Freunde mal außen vor und wähle meine Top fünf in Sachen Reisebegleitung aus der Riege fiktiver Figuren. Ganz fix. Joy aus dem Pixar-Film Alles steht Kopf. Unity aus der Serie Rick and Morty. Dante Quintana aus dem Jugendbuch Aristoteles und Dante. Nina Rosario aus dem Musical In the Heights. Holmes, Sherlock Holmes. Das Experiment geht weiter. Und nun fragen Sie sich bitte, warum Sie sich für diese Personen entschieden haben. Welche Eigenschaften haben diese Menschen, die Ihnen gefallen? Okay, easy, zumindest bei Joy. Die würde ich aufgrund der Freude dabei haben wollen, die sie verkörpert. Dahinter steckt, denke ich, die Eigenschaft der Zuversicht. Check. Next. Unity. Unity ist eine Schwarmintelligenz, die sich in andere Lebewesen hineinversetzen kann. Blöderweise löscht sie dabei deren Persönlichkeiten aus und könnte der Versklavung bezichtigt werden. Aber eigentlich strebt sie nach Einheit und will eher unversöhnliche Streitparteien zusammenbringen. Also zumindest potenziell sehe ich da die Eigenschaft des Harmoniestrebens. Ich glaub, das ist es, was mir an ihr gefällt, ja. Reisebegleiter Nr. 3, Dante Quintana. Das ist ein einfühlsamer junger Mann mit Hang zum Zeichnen und einer Liebe für Bücher. Ihn würde ich wegen seiner Eigenschaft der Rücksicht dabei haben wollen, und weil er vermutlich ein ziemlich guter Gesprächspartner wäre. Das gilt sicher auch für Nina Rosario. In dem Musical »In the Heights« singt sie davon, dass sie ihr Studium aufgeben will, mangels Zuversicht. Doch dann erinnert sich Nina an ihre alte Abuela Claudia, die ihr alles beigebracht hat, und trotz ihres Heimwehs entschließt sie sich, ihr Studium doch noch fortzusetzen. Bei ihr ist es, glaub ich, die in Wort und Gesang ausgedrückte Eigenschaft der Hingabe, die ich toll finde. Kleine Unterbrechung in eigener Sache? Oder, naja, eigener Fanboy-Herzensangelegenheit? Ich hab beim Schnitt dieses Beitrags erst gemerkt, dass das Musical »In the Heights« inzwischen verfilmt worden ist und dieser Film im Sommer 2020 an den Start geht. Den Trailer gibt's jetzt schon auf YouTube zu sehen und schraubt meine Erwartungen himmelhoch. Die Musik und die Lyrics aus dem Musical sind so großartig, dass der Film da eigentlich nichts falsch machen kann. Insofern, kleine Empfehlung im Voraus, schau dir »In the Heights« an. Ist sicher deine Zeit wert. Und jetzt weiter im Text. Zu guter Letzt, Sherlock. Mir fällt gerade kein achtsamerer Mensch ein als dieser Typ, und das kann in vielen Fällen nützlich sein. Zum Beispiel, wenn es Stress gibt auf unserer Insel. Und Joy plötzlich vergiftet am Strand liegt. Wer ist es dann gewesen? Dante, Nina oder Unity? Ich ja wohl nicht. Da muss Sherlock ran. Ihn würde ich wegen seiner Eigenschaft der Aufmerksamkeit dabei haben wollen, die mir sehr wertvoll erscheint. »Werte zeigen uns Prioritäten«, schreibt Münchhausen. »Indem ich mir nun eine Reisebegleitung zur »Einsamen Insel« aufgrund bevorzugter Eigenschaften zusammengestellt habe, sehe ich meine Prioritäten deutlich vor Augen. Also Zuversicht, Harmoniestreben, Rücksicht, Hingabe und äh… Aufmerksamkeit.« Diese Eigenschaften sind mir wohl so wichtig, dass ich sie meine Werte nennen würde. Wem dieses Experiment zu albern ist, kann sich auch einfach durch eine Liste mit Werten scrollen und selbst abwägen, was denn wichtig ist. Einen kleinen Katalog mit Werten und Tugenden findest du zur Anregung unter diesem Beitrag verlinkt. Punkt 3. Werte schaffen Vorbilder, heißt es noch in dem Lebensbalance-Buch. Und Vorbilder festigen Werte, würde ich ergänzen. Wertewandel ist nicht nur ein gesellschaftliches Phänomen, sondern auch ein persönliches. Selbst wenn du dir über deine Werte im Klaren bist oder wirst, hier und jetzt, dann bleibst du dir weiterhin anderen Werten ausgesetzt, in der Kultur, in der du lebst. Um sich von der künstlichen Metapher eines gerahmten Bildes mal abzuwenden, hin zu einer eher naturbelassenen Metapher, passend zur rauen Wirklichkeit, würde ich sagen, Werte sind Steine am Strand des Lebens, die mit jeder Welle geschliffen und manchmal weggespült werden. Einige dieser Werte sind kostbarer Edelsteine und andere eher zur Steinigung geeignet. Nun hat das Meer zuweilen die sonderbare Eigenschaft, Steine zu sortieren. Am Chassel Beach in Dorset, England, da lässt sich das beobachten. Über Dutzende Strandkilometer und viele Jahrhunderte hinweg wurden die Steine dort vom Meer sortiert, von Erbsengroß in West Bay bis Orangengroß bei der Isle of Portland. Will sagen, auch die Gesellschaft formt uns und sortiert uns manchmal zu unseresgleichen. Doch wir Menschen als Werttragende und Wertempfindende sind ja eben keine Steine. Wir können uns bewegen und handeln. Um das Handeln als Hauptmerkmal des spezifisch-menschlichen Lebens geht es vertiefend im Exkurs zu Hannah Arendt. Die entsprechenden Beiträge werden unten verlinkt. Menschen jedenfalls haben keine andere Wahl, als anderen Werten zu begegnen. Das lädt dazu ein, bei Gelegenheit einfach auf die anderen zu zeigen. Hier, die sind ja auch nicht ehrlich und die sind ja auch nicht fair. Aber der bloße Verweis auf andere Möglichkeiten sind ja kein Argument, sondern eine Ausrede, sich nicht mit den eigenen Werten beschäftigen, sie hinterfragen und verteidigen zu wollen. Ausreden sind der leichte Weg. Der steinige Weg sind das stete Hinterfragen und Verteidigen. Auf dem steinigen Weg gibt es Hürden, er kostet Kraft und Ausdauer, aber nur auf diesem Weg kannst du auch etwas in die Hand nehmen und aufbauen. Auf dem leichten Weg liegt nichts, mit dem sich etwas machen ließe. Nur auf dem steinigen Weg kommt das zum Einsatz, worum es im nächsten Beitrag gehen soll, nämlich deine Stärken. Das ist ein Thema, von dem auch ein wichtiger Bereich aus der Welt der Werte profitieren kann, der hier noch gar nicht zur Sprache kam, nämlich dein Selbstwertgefühl. Genug für heute, Ende der Praxisübung. Das waren einige Gedanken und Antworten zur Frage nach den eigenen Werten. Die Frage nach deinen Werten kannst du dir nur selbst beantworten. Bestenfalls hilft dieser Beitrag dabei, was die Methode angeht. Wozu soll es gut sein, sich über die eigenen Werte im Klaren zu werden? Es hilft dabei, den eigenen Stärken eine Richtung zu geben und sich selbst Ziele zu setzen. Doch mehr dazu, wie gesagt, ein andermal. Ich wünsche gutes Gelingen beim Grübeln, sag danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020